Tagesinfos zum 26. Dritten 2012 Montag Sonnenaufgang Stuttgart 7.14 Uhr morgens Sonnenuntergang 7.47 Uhr abends Tageslicht 12 Stunden 33 Minuten 13. Kalenderwoche 86. Tag zunehmender Mond Iwo Shima sicher Frauenhofer-Gesellschaft Schengener Abkommen Computer-Virus-Melissa Geburtstag Andreas Hinckli Todestat Ludwig von Beethoven Kirgeli Gedenktage Heiliger Kasteles Namensfahrt Emanuel Larissa Lübger Nationalfeierfahrt Bangladesch Wenigatom, Mehratom, Betrug beim Atom, Robert Krenze kommt Aber-Comeback Fukushima-Kühlung Rücktritt beim BDI EU-AKW-Stress-Test Wo war die Syrien weniger Schulden Kachelmann gegen Ex Killer-TB Heinkes und Bayern Qualifikation in Melbourne Eru Dramatum Jungs Jungs Jungs